Thank you for nominating. Danke, dass du uns nominiert hast. Das hast du super hingekriegt. So nette Tänzer haben wir beide. Also wir stellen uns natürlich dieser Aufgabe. Und ich persönlich, ich nominiere folgende drei Personen. Liebe Ruth Moschner, lieber Udo Walten, lieber Werner Mann, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Challenge. Ich darf natürlich auch noch jemanden nominieren. Ich nominiere unseren lieben Rai. Ich nominiere unseren Lieblingsmodell Hertha aus Holland, Beibrand von der Sande. Und ich moderiere von unserem Lieblingspartner im Europa-Park die Euromaus. So, eins, zwei, drei! Okay.